Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um den Säuren-Basen-Haushalt mal aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet. Sehr viel tiefgehender und mit großen Auswirkungen auf das Verständnis, wenn man es versteht. Ich hatte dieses Thema schon des Öfteren hier auf meinem Kanal aufgegriffen, indem ich in einem Video zum Beispiel mal erklärt habe, was es für Auswirkungen hat in Bezug saures Milieu und Bindegewebe und daraus ableitenden Schmerzen. Habe aber auch ein Video gemacht, in dem ich erklärt habe, dass ich es nicht sonderlich förderlich finde, wenn man mit Basenpulver arbeitet oder sich ausschließlich zu 100% nur noch basisch ernährt, weil das ja mittlerweile zu einem riesengroßen Trend über die letzten 10 Jahre geworden ist. Das heißt, man hat sich im Ernährungsbereich sehr stark auf dieses Thema fokussiert und damit natürlich auch in der Naturheilkunde. Grundsätzlich kann man sagen, ja, es ist vollkommen in Ordnung, basische Lebensmittel zu sich zu nehmen und das hat auch definitiv keine negativen Auswirkungen. Es bringt aber einfach nicht so viel, wie es immer wieder dargestellt wird. Dazu komme ich aber später noch einmal, denn da kann man einen sehr ausführlichen, praktischen Test bei sich selber machen, um das herauszufinden. Grundsätzlich ist seit dem Satz von Claude Bernard, der Erreger ist nichts oder die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles, hat sich sehr, sehr viel verändert, was eben das Thema von basisch und sauer angeht. Das heißt, daraus entstanden sehr, sehr viele praktische Thematiken in der Medizin, aber auch in den Ernährungswissenschaften, aber auch grundsätzlich natürlich bei jedem Einzelnen, der davon schon mal etwas mitbekommen hat. Und ich hatte ja gerade erklärt, seit circa 10 Jahren hat das immer mehr in den Mittelpunkt geführt, auch was das Thema Ernährung angeht. Grundsätzlich ist dieser Satz an sich schon mal sehr, sehr gut, um weiter sich das Ganze erklären zu können. Der Erreger, der ist eigentlich nichts anderes wie die Mikrobe, bloß eben nicht mit der krankmachenden Funktion, wie das eben als Erreger dargestellt wird. Wir wissen, dass es keine Erreger in dem Sinne gibt, dass es keine Viren gibt, in dem Sinne der Virustheorie und auch keine Infektionstheorie. Was hat das dann aber zu bedeuten in Bezug auf das Milieu? Und hier muss man einfach, sag ich mal, um die Ecke biegen und genauer hinschauen, was das Ganze für Auswirkungen hat. Denn letztendlich gibt es auch den Satz, dass eben Krebs nicht in einem basischen Milieu wachsen kann. Und das ist vollkommen richtig. Aber warum? Oder vielmehr, was ist denn die Betrachtungsweise dessen? Wenn wir uns einmal das Ganze anschauen in Bezug auf die neue Medizin, in Bezug auf ein Sonderprogramm, welches aufgefahren wird, welches ausgelöst wird im Körper, dann ist Krebs nichts anderes wie eben dieses Sonderprogramm, wie dieser Umbauprozess. Und wir wissen, dass wir dafür Mikroben benötigen. Und was wir auch wissen, ist, dass der Krebs, wenn er eben als Tumor dann auch so gesehen sichtbar wird, das heißt eine massive Vermehrung von Zellen, die einen biologischen Sinn erfüllen, dann wissen wir, es ist die Heilungsphase. In der Heilungsphase, da ist es bei sehr, sehr vielen Varianten so, dass eben das Gewebe wieder abgebaut werden soll. Also gerade wenn es um den Krebs geht, ist das immer so. Das heißt, wir haben Mikroben, die eben die Arbeit haben, das Gewebe, was davor von anderen Mikroben aufgebaut wurde, wieder abzubauen. Und demnach ist es so, dass wir natürlich auch andere Mikroben haben, die in einem anderen Milieu arbeiten, wie die in einer konfliktaktiven Phase, in der das Gewebe erst mal aufgebaut wird. Und genau hier sind wir am springenden Punkt in Bezug auf sauer und basisch. Wenn wir ein saures Milieu haben, dann liegt das grundsätzlich daran, dass wir in einer konfliktaktiven Phase sind. In dieser konfliktaktiven Phase, da sind besonders viele verschiedene Mikroben aktiv, die eben diesen Prozess entsprechend anleiern und diesen Prozess durch ihre Arbeit dann auch weiterführen. Also Gewebsaufbau. Wenn wir uns dann aber anschauen, dass es nicht grundsätzlich so ist, dass Bakterien und Pilze und auch sogenannte Viren immer nur ein saures Milieu benötigen, sondern es da eben auch Ausnahmen gibt, dass auch welche in einem leicht basischen Milieu arbeiten können beziehungsweise sogar müssen, dann wird klar, was mit sauer und basisch in der Praxis gemeint ist, wenn es um den Körper geht. Denn wenn das Ganze dann wieder abgebaut werden muss, ebenso durch Mikroben, dann werden die Mikroben aktiv, die eben in dem basischen Milieu entsprechend aktiv sein müssen. Deshalb entsteht Krebs auch nicht in einem basischen Milieu, weil ja sich dort nur die Mikroben befinden, die letztendlich das Gewebe wieder abbauen. Viel besser wäre es zu sagen, dass letztendlich die Entstehung im sauren Milieu tatsächlich stattfindet, aber die Heilung des Ganzen beziehungsweise der Abschluss des Prozesses im basischen Milieu. Und genau hier erkennt man auch, dass es Sinn macht und dass es vor allem notwendig ist, dass wir einen Wechsel haben zwischen saurem und basischem Milieu und dass wir darauf, in Bezug auch auf die Ernährung, keinen großen Einfluss haben, sondern das Ganze eben innerhalb der Sympathikotonie, der konfliktaktiven Phase, im Sinne des Stresses, zu einem sauren Milieu führt, weil es benötigt wird, weil sonst dieser Prozess oder diese konfliktaktive Phase gar nicht ablaufen könnte. Und hier kann jeder selbst mal den Test machen in Bezug auf sauer und basisch. Du brauchst nur einen pH-Streifen und kannst mal testen, wie es bei dir aussieht. Erstmal als Grundannahme, das heißt, welcher pH-Wert hast du, wenn es um den Urin geht und dann stellst du eben etwas fest. Das heißt, entweder geht es leicht ins saure rein oder es geht leicht ins basische rein. Und dann versuchst du das Ganze mal durch Ernährung über zwei bis drei Tage zu verändern. Und du wirst feststellen, dass du zwar etwas veränderst, aber das nur minimal der Fall ist. Wenn du jetzt den gleichen Test nicht mit Ernährung machst, sondern mit Manifestation von sehr, sehr positiven Gedanken oder eben Mantren, die du dir immer wieder sagst, dann wirst du feststellen, dass du den gleichen Effekt hast, bloß dass dieser noch deutlich höher ist. Warum? Weil du innerhalb dieser konfliktaktiven Phase den Zustand veränderst durch deine Seele, durch deine Gedanken, die letztendlich der Seele zugutekommen, wenn es in eine bestimmte Richtung geht. Das heißt, die Auswirkungen und die Veränderungen sind durch die Gedanken viel, viel höher als durch die Ernährung. Deswegen sage ich, es ist an sich nicht schlecht, mit basischer Ernährung anzufangen oder eben das immer wieder zu integrieren. Aber es ist nicht, sage ich mal, die Paradelösung, weil die Lösung gibt es in dem Fall nicht, weil es ja etwas wäre, was wir in unserem eigenen Körper in Bezug auf die Funktionalität kaputt machen, was wir eigentlich benötigen. Eben diesen Wechsel zwischen sauer und basisch. Wenn wir verstehen, dass wir, wenn wir sehr, sehr sauer sind, in einer konfliktaktiven Phase sind und wenn wir eben ins Basische gehen, bereits in einer Heilungsphase sind, dann haben wir eben auch dieses basische Milieu. Das heißt, wir benötigen es und man sollte an dieser Thematik so nichts ändern außerhalb der Gedanken. Das bedeutet, das ist ein Weg, mit dem man eben etwas verändern kann, aber dieser Weg sollte eben mit einhergehen mit der Konfliktlösung. Und nicht, dass wir einfach nur stumpfsinnig mit positiven Gedanken daran gehen, im Sinne, dass wir dann sehen, dass unser Urin immer basischer wird, sondern mit dem Verständnis dahinter, was das überhaupt soll, dass wir dann in eine konfliktgelöste Phase, damit eine Heilungsphase gehen und dann automatisch in ein basisches Milieu übergehen. Und das ist der ganze, sage ich mal, Hokuspokus hinter dem Thema Säurebasenhaushalt. Und wie gesagt, du kannst es selber testen in Bezug auf den Urin und einen pH-Streifen mit der Ernährung, aber auch mit den Gedanken und wirst das feststellen, was ich dir da gerade dazu erklärt habe. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie du dieses Thema siehst. Hast du das auch schon so in Bezug auf die Ernährung versucht, bei dir zu integrieren? Dass du eben lange Zeit dachtest, das ist wirklich so immens wichtig? Oder hast du generell noch nie großartig dich mit diesem Thema beschäftigt? Und was mir ganz wichtig ist, hast du verstanden, was ich versucht habe, dir zu erklären, dass das eigentlich ein ganz normaler Prozess ist, der dort abläuft und es so sein muss, dass wir eben verschiedene Phasen, verschiedene Milieus haben? Lass es mich wissen, wenn du dazu etwas zu sagen hast in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir einen Mehrwert erbracht hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell sich das ganze Leben nur auf den Säurebasenhaushalt ausrichten, dann teile diesen doch bitte mal dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder. Bis zum nächsten Mal.